Ein Megatrend auch beim Weinhandel ist der Online-Bereich. Schwer zu glauben, wenn man diese vollen Hallen der ProWein betrachtet. Aber richtig, auch Online-Händler müssen suchen, was sie verkaufen wollen. Suchen, probieren und möglichst gut anpreisen. So konzentriert wie an keinem anderen Platz der Welt geht das auf der Weinhandelsmesse. Über 55.000 Besucher aus der ganzen Welt haben mehr als 500.000 Flaschen probiert. Ein Profi, wer da noch durchblickt. Das ist bei 6.200 Ausstellern vielleicht ein bisschen schwierig. Was grundsätzlich wirklich den ProWein-Besuch betrifft, für den Profi, eine gute Vorbereitung muss da zu Hause stattfinden. Denn hier einfach auf die Messe kommen und sich treiben lassen, das wird nicht funktionieren. Von Südafrika bis Schweden, von China über Australien bis Frankreich und Italien, internationaler geht es wohl kaum. Und überall schmeckt es dem Händler und Kenner ein kleines bisschen anders. Hoffentlich. Wie sehr Profi die Besucher wirklich sind, wird an manchem Stand durch Blindverkostung getestet. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, die man natürlich mit nur so einem Stückchen Spaß auch begleiten sollte. Aber es ist definitiv schwierig, auf seiner eigenen sensorischen Landkarte, die man im Kopf hat, Südafrika einzuordnen. Und man ordnet nicht Südafrika ein, sondern man ordnet ein, was man riecht. Ja, ist es mehr grün oder ist es mehr gelb, also ist es mehr apfellig oder ist es vielleicht etwas mehr blumig. Und da versucht man sich so ein bisschen nach diesen Koordinaten durchzuhangen, um dann irgendwann mal bei der Sorte oder bei der Herkunft zu sein. Wichtigste Meldung nach der Messe, es wurde nicht nur ausreichend probiert, sondern auch ausreichend bestellt. Die Weinbegleitung beim nächsten Restaurantbesuch ist also weltweit gesichert.